So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rambo 6. Wir werden heute, ähm, ein bisschen Rambo spielen. Ähm, ja. Dadurch, dass ich aktuell den Multiplayer rausgeschmissen werde, weil meine Internetverbindung zu langsam ist, ich weiß nicht warum, also ich kann nichts erkennen, dass mein Internet zu langsam ist, weil ich einen guten Ping habe. Keine Ahnung, warum, woran es liegt, ich weiß es nicht. Das heißt, äh, wir werden ja, ich werde jetzt nochmal mit euch ein bisschen die Kampagne spielen. Ich hoffe, ich gucke das, ob ich das schon immer mal gemacht habe. Ich habe gestern ein bisschen daran fortgearbeitet. Äh, schwer befestigt, äh, ist echt schwer befestigt. Oh, boah, was ist los, ey. Ist echt schwer befestigt und, ähm, ja, wir werden jetzt auch mal beins anfangen. Ich hoffe, äh, der Sound buggt jetzt auch nicht so rum, denn ich habe, bei der, irgendwie so, habe ich da ein bisschen Soundfehler. Wahrscheinlich liegt es daran, aber ich glaube, ich habe keine Soundkarte dran. Ich bin mir noch nicht genau sicher. Auf jeden Fall habe ich gleich zwei Sounddateien übereinander liegen und das hört sich etwas dämlich gleich an. Also ich entschuldige mich dafür schon mal. Nächste. Und das habe ich jetzt auch, das ist, das ist, das war echt der Fehler, so. Das ist auch bei meinem Headset der Fehler, so. Das ist aber nur in der Karriere, so, dass es funktioniert. Ja, ja, ja. Ich weiß in etwa, wo die alle stehen. Ich weiß in etwa, wo die alle stehen. Das ist der Einzelste, den ich immer schwer kriege. Das ist der Einzelste, den ich immer schwer kriege. Okay, das ist der Einzelste, den ich immer schwer kriege. Lief doch besser als gedacht. Nur mein Hals macht jetzt gleich einen Abgang. Scheiße. Gärtschen mal schon zu trinken. Boah, schon jo. So. Und wenn man das jetzt so hört, einen Soundfehler habe ich überall. Hiervon habt ihr schon einen versehen, da bin ich ja gut durchgerusht. Ich habe bei dem auch ein paar Versuche gebraucht. Ich werde es euch jetzt aber trotzdem zeigen, weil ich unbedingt Rainbow spielen wollte und mein Internet dafür zu langsam ist. Ich habe keine Ahnung warum. Hm. Ich habe allgemein so ein bisschen Internet-Schwierigkeiten in letzter Zeit. Ja, Sound, wir haben es begriffen. Das Problem ist halt, die schießen einfach kacke. Ich könnte es auch einfach mal versuchen, ich einfach mal einen höheren Schwierigkeitsgrad der Spieler spielen. Das nicht, Alter. Ja. Boah, wie die Waffe da steht. Also so perfekt kann ich das einfach schon. Okay. Ah! Ich brauche zu eigentlich keine Muni mehr, ich werde aber trotzdem mal nachladen. Wir sind für Sie da. Geisel gesichert, zum Evakuierungspunkt gegeben. Die Geisel absichern, Feinde nähern sich. Wir haben die Geisel freigelassen. Wir müssen die Geisel wieder sichern. Läuft doch gut heute. Jedenfalls in der Karriere läuft es gut, muss man ja mal sagen. Ich wollte halt einfach aktuell nur Videomaterial haben. Ich weiß natürlich nicht, was ich euch sonst noch zeigen soll. Also, unser Projekt hat sich jetzt doch noch nach einer Woche, um zwei Wochen nach hinten verschoben, weil es zeittechnisch bei uns nicht ging. Oder bei zwei Leuten, die aufnehmen wollen, nicht Funktion occult. Und deswegen werden wir das auch noch nach hinten verschieben. Das heißt, was ist das denn nochmal gewesen? Ach ja. Ja, der Sound nervt, aber ja, guck. Ich werde diese Mission noch machen, ob ich die jetzt beim ersten Moment bestehe oder nicht, das sehen wir jetzt gleich. Ich muss mal kurz gucken, wo waren die denn noch. Nein, das wollte ich nicht. Ist denn Dings aufgegangen? Nein, das muss ich nicht. Hallo? Natürlich, warum läuft, wenn man auch sowas spielt. Und so, un-game ist es auch für allen, das zu benutzen. Ah, hier steht einer. Ah, hier steht eine. Okay. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke, ciao.